Nicht nur Ostern vor der Tür, sondern auch ich habe ab und zu mal Lust auf ein leckeres, weiches Frühstücksei oder doch lieber ein herzhaft hart gekochtes Ei. Mit dieser super praktischen und super spektakulären Eieruhr, die ich Ihnen jetzt vorstelle, garen Sie alle Eier perfekt, tatsächlich auf den Punkt genau. Und zwar ganz nach Ihrem Geschmack. Einfach mit den Eiern zusammen in kaltes Wasser geben und mitkochen. Und die farbverändernde Skala hier mit den Markierungen für hart, medium und weich zeigt Ihnen auf einen Blick, wie weich oder wie hart die Eier im Topf sind. Das funktioniert absolut genial. Dabei erfolgt die Messung präzise über die Kerntemperatur. Genial. Ihr neuer Ecktimer, wie ich ihn nenne. Aus transparentem Acrylgras funktioniert unabhängig von der Anzahl der Eier und ist immer wieder verwendbar. Und das ist das Tolle daran. Also ich habe ihn hier in der Hand und so sieht es aus, wenn er gerade seinen Dienst nicht tut und bei Ihnen in der Schublade verschwindet. Und hier kocht gerade ein Ei. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was, wenn ich den raushole. Das mache ich natürlich jetzt hier mit dem Löffel. Ein wenig Handtuch, denn da sieht man schon sehr schnell, dass sich jetzt hier außen langsam ein weißer Rand bildet. Und dieser weiße Rand, der fängt dann an, hier die unterschiedlichen Schattierungen zu zeigen. Das heißt also hart, medium oder weich. Den sollten Sie sich bestellen, damit Ihre Eier ab sofort nach Wunsch Ihrer Frühstücksteste sind. Oder natürlich passend so, wie Sie sie haben wollen. Also entweder mit einem ganz leichten Tick noch dieses Eigelb so ein bisschen sämig, wie ich das auch gern mag, und das Ei war trotzdem hart. Oder klassisch dann natürlich für Ostereier, die jetzt gefärbt werden, dann natürlich hart gekocht. Bestellen Sie sich, es ist eine ganz tolle Sache und ich würde Ihnen empfehlen, jetzt zuzugreifen, denn die Artikel sind bei uns immer super schnell weg. Denn das ist absolut sinnvoll. Ich brauche keine Batterie und es geht definitiv nur mit der Veränderung der Temperatur. Also viel Spaß damit und jetzt bestellen.